Herzlich willkommen Crypto-Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich kränkele noch so ein bisschen, bin erkältet. Ja, ich habe einen Test gemacht. Ich habe nicht das böse Covid. Aber nichtsdestotrotz wollte ich nicht einen Livestream geben, wo ich permanent nur am Niesen und am Schnupfen bin und meine Nase am Saubermachen leere. Das wäre ja ein wundervoller Livestream geworden heute. Aber was ist gerade passiert? Bitcoin war eben gerade noch bei 43.000. Wir sind auf die obere 43.000er Marke heruntergefallen. Jetzt befindet er sich wieder über die 44.000er Marke, was eine sehr, sehr interessante Bewegung ist. In der gesamten Marktkapitalisierung sehen wir das. Da ist gut Geld aus dem Markt rausgegangen. Wir sind jetzt eindeutig unter die 2,2 Billionen Marke hier gerutscht, was sich stabil gehalten hatte in der letzten Zeit. Aber wie wir hier erkennen können, ist fast alles im Rot, bis auf kleine Ausnahmen wie VeChain. VeChain sage ich schon, Chainlink. VeChain hier unten aber auch, ist auch noch im Grünen. XDC weiter unten, auch noch im Grünen. Das sind Unuset, Leo, Leo auch hier im Grünen. Aber das sind halt kleine Zahlen, die wir hier sehen. Wenn ich weiter runter scrolle, seht ihr einfach, der Großteil ist einfach im Rot. Aber hier auch XDC im Grünen. Es sind halt gute Bewegungen, wenn wir sehen, dass der gesamte Markt fällt und dass einzelne Coins noch nach oben gehen. Der Sentiment ist jetzt aber auf Xtreme 4 gestimmt, wie wir gesehen haben. In drei Stunden kommen die neuesten Daten hier reingespeist. Und dann bin ich mal gespannt, wie der vierte Greed-Index dann aussehen wird. Ich denke mal, das wird weiter nach unten gehen, was widerspiegeln würde, was gerade im Markt passiert. Die meisten, wenn man sich auf Twitter und auf YouTube anguckt, sind felsenfest davon überzeugt, dass der Markt nach oben gehen wird, dass wir neue All-Time-Highs bei Bitcoin setzen werden. Der Meinung sind wir ja nicht. Nichtsdestotrotz habe ich euch heute einen Chart präsentiert gehabt von Tevdech, Techtdef. So, jetzt aber. Und was ich vergessen hatte zu sagen, ist, dass er das hier im Zwei-Wochen-Chart gemacht hat. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, aber das ist trotzdem nochmal eine wichtige Sache, falls ihr das selber versucht habt, irgendwie nachzubilden und nicht darauf gekommen seid. Ja, ihr müsst das auf zwei Wochen einstellen, die Zyklen. Das heißt, ein Balken repräsentiert dann zwei Wochen. Gut, was hat er hier gesagt gehabt? Er hat hier, das war der 2013er Bullrun, wenn er die FIPS hier bei der Korrektur, bei dem Höhepunkt bis zur Korrektur runtergezogen hat, hat er hier darauf hingewiesen, dass wir dann einen guten Run nach oben haben, die Fibonacci Extensions von 4,236 erreicht haben und daraufhin eine Korrektur bis auf die 2,618 gesehen haben. Das gleiche hat er hier auch gemacht. Nach dem 2013er Top hat er die FIPS runtergezogen, bis auf den Tiefpunkt, den wir hier hatten und von dort aus hat er darauf hingewiesen, dass wir hier auch einen Run hatten, hoch bis zu Fibonacci Extensions von 4,236 mit einer darauf folgenden Korrektur runter auf die 2,618. Das gleiche hat er hier einfach wiederholt. Vom 2017er Top hat er die Fibonacis runtergezogen bis auf den Tiefpunkt, den wir hier gebildet haben, hat dann darauf hingewiesen, dass wir hier jetzt auch hochgegangen sind und bei der 69.000 die 4,236 angetestet haben mit der jetzigen Korrektur runter auf die Fibonacci Extensions Niveaus von 2,618. Acht, was jetzt ein kleines bisschen gebrochen ist, weil wir ein bisschen tiefer gefallen sind als das, aber das ist ja nicht schlimm. Das, was er hier gezeigt hat, hält sich trotzdem noch. Aber jetzt kommt halt das Interessante, worauf er sich hier bezieht und worauf viele, viele andere Charteranalysten sich beziehen, ist, dass sie sagen, sie erwarten jetzt genau das, dass das hier noch kommen wird, dass wir noch ein Blow-off-Top haben werden, genau wie 2013, 2017 und sie vermuten jetzt, dass sowas uns jetzt auch noch bevorsteht. Und was ich nicht glaube, denn man berücksichtigt hier nicht die gesamte Marktkapitalisierung. Denn in diesen Phasen haben die gesamten Marktkapitalisierungen nicht ihre Höhepunkte erreicht und sie haben nicht ihre höchsten Fibonacci Retracements bei den Extensions beziehungsweise von 4,236 erreicht gehabt. Das ist hier in dieser Phase schon passiert. Und das sind so kritische Sachen, wo ich sage, das ist so ein bisschen gefährlich. Und in diesen Bereichen, wenn wir uns das angucken, sowohl hier 2013 als auch 2017 haben wir hier noch bestimmte Moving Averages noch nicht angekreuzt gehabt. Was hier jetzt passiert ist, wir haben hier sowohl die 21 Tage Moving Average im Weekly als auch die 50 Tage Moving Average im Daily nach unten hingekreuzt, was bei einem Bullrun sowohl 2013 als auch 2017 nicht passiert ist. Erst als wir hier auf dem Weg nach unten waren, haben wir die 21 Tage Moving Average im Weekly gekreuzt und die 50 Tage Moving Average im Daily. Und das Gleiche auch hier, erst als wir auf dem Weg nach unten waren, haben wir die 21 Tage Weekly und die 50 Tage Daily Moving Average nach unten gekreuzt. Und das ist hier jetzt schon in dieser Phase passiert. Und das ist das, was ich als so gefährlich empfinde, weil diese Sachen, die lassen sie komplett außer Acht und sehen einfach nur noch diesen Weg nach oben und darum bin ich so ein bisschen bearischer eingestellt, was Bitcoin angeht. Aber gucken wir uns mal an, was ist noch passiert? Liquidations, Leute. Es wurden einige Long-Positionen liquidiert, und aufgrund dessen halt, dass TechDev und einige andere Willy Woo und viele andere Chart-Analysten genau solche Charts rausbringen, gehen halt viele Long in dem Markt. Das heißt, sie wetten auf einen steigenden Kurs und leihen sich dabei Geld. Sie betreiben Leverage-Trading. Und wie wir hier sehen können, das war vor 10 Minuten noch, war hier dieser unten, wo ihr das gerade sehen könnt, ich kann den Cursor gerade nicht bewegen, sonst geht das weg. Wenn ihr ganz unten guckt, steht da Total. Und bei den Longs steht da jetzt 310,32 Millionen. Vor 10 Minuten war das noch bei 190. Vor 10 Minuten noch. Und jetzt guckt mal, wie viele da liquidiert worden sind. Das heißt, es haben so einige auf einen steigenden Kurs gewettet, mit einem Hebel, und die wurden jetzt liquidiert. Einige, die auf einen fallenden Kurs gewettet haben, die wurden auch liquidiert, aber diese Summe ist wesentlich, wesentlich kleiner. Das ist jetzt nicht so ausschlaggebend, wie die Long-Position, wie wir hier erkennen und schwer erkennen können. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass das Domino-Effekte sind, die da entstehen. Der eine Stop-Loss löst den anderen aus. Es werden immer mehr Margin-Calls ausgelöst. Und wie ihr hier sehen könnt, hat, es ist eine Kohärenz zu erkennen zwischen Liquidation, starken Liquidation und einem fallenden Bitcoin-Kurs. Der Bitcoin-Kurs ist hier als gelb, diese gelbe Linie, dargestellt. Und wie wir hier sehen können, immer wieder, wenn wir starke Liquidationen haben, ist der Bitcoin-Preis auch immer mitgefallen. Und viele behaupten ja, nee, nee, weil beim Leverage-Trading werden keine Bitcoins getradet. Die Broker, die sind teilweise verpflichtet, auch Bitcoins im Hintergrund zu kaufen. Die haben dann nichts mit dem Leverage-Trading zu tun. Aber nichtsdestotrotz halten sie im Hintergrund auch diese Bitcoins. Und die werden dann auch mitverkauft von diesen Brokern und Market-Makern. Und darum führt das dann auch zu einem starken Fall des Bitcoins, wie wir auch hier erkennen können. Unschwer. Was man jetzt auf den Charts sehen kann, das ist genau das, was ich hier gezeigt habe, worauf die meisten Chartanlösten nicht eingehen. Das ist der 50-Tage-Moving-Average. Das ist der gleitende 50-Tage-Durchschnittswert. Beim 2013er Bullrun, schaut mal, was da passiert ist. Der Bullrun geht los und wir haben den nicht ansatzweise angetestet. Wann haben wir diesen Bereich angetestet? Als wir hier die Korrektur nach unten haben mit dem Retracement zu 70,2. Erst dann haben wir die 50-Tage-Moving-Average nach unten hingekreuzt. Und was ist dann passiert? Wir sind danach in einen Bärenmarkt gegangen, weil wir es nicht mehr geschafft haben, uns langfristig, hier sind wir kurz darüber, aber wir haben uns nicht geschafft, langfristig über die 50-Tage-Moving-Average zu halten. Und das hat dann letztendlich auch mit dazu geführt, dass wir in den Bärenmarkt gegangen sind. Was heißt, es hat mit dazu geführt, es hat uns gezeigt, dass das ein Indikator ist, der uns darauf hinweist, dass wir eventuell in den Bärenmarkt gehen können. Und das Gleiche haben wir hier 2017 auch gemacht. Während der Bullrun-Phase sind wir hier zwar einmal eingetaucht in die 50-Tage-Moving-Averages, aber wie ihr sehen könnt, waren das kurze und signifikante wie Bottom-Bewegungen. Wir sind schnell eingetaucht und schnell wieder hoch, wie ein Ball, was man unter Wasser drückt und loslässt. Der springt dann wieder schnell nach oben. Das heißt, es waren hier unsignifikante Bewegungen. Was ist aber dann passiert? Wir sind hier einmal unter die 50-Tage-Moving-Average gekommen. Erst nachdem wir hier runter korrigiert sind, Rotation begangen haben in dieser Phase, sind dann hier abgesagt. Und wie ihr sehen könnt, konnten wir uns nicht langfristig über den 50-Tage-Moving-Average halten, was dann hier letztendlich dazu geführt hat, dass wir einen schönen Tiefpunkt gebildet haben und danach erst den leichten Anstieg vermerken konnten. Und jetzt schaut mal an, was ist hier passiert. Ähnlicher Verlauf wie 2017. Wir haben ein-, zweimal den 50-Tage-Moving-Average angetestet. Und was ist dann passiert? Genau das hier. Wir sind stark abgefallen, haben uns längerfristig unter der 50-Tage-Moving-Average gehalten, sind hier zwar wieder hoch, haben uns aber immer wieder nicht halten können. Wir sind immer wieder eingetaucht. Das war zwar eine kleine Wie-Bottom-Bewegung, was nicht so schlimm ist, aber schaut mal hier, jetzt befinden wir uns wieder weit da drunter. Wenn wir uns den 100-Tage-Moving-Average auch nochmal mit einnehmen, ist das immer nochmal ein weiterer Indikator, auf den man achten kann. Denn wenn wir einmal die 50-Tage-Moving-Average nach unten gekreuzt haben, ist das nächste Level, was erhalten sollte, der 100-Tage-Moving-Average. Was hier auch teilweise passiert ist, wir sind dann aber wieder hoch und komplett eingesackt. Erst als die sich hier wieder neu geordnet haben, hier haben wir den Deathcross gehabt und hier haben wir den Kiss of the Dragon, glaube ich heißt es, gehabt. Und schaut mal, genau hier hat sich das genau gehalten, was ich gerade erkläre. Wir haben hier einen schönen W-Pattern gebildet. Der 50-Tage-Moving-Average wurde nach unten gekreuzt. Der 100-Tage-Moving-Average hat gehalten. Wir haben hier einen Double-Bottom gehabt und sind hier wieder stark nach oben gekommen. Was ist hier passiert, hat sich nicht gehalten. 100-Tage-Moving-Average nach unten gekreuzt. 50-Tage-Moving-Average nach unten gekreuzt, das ist die gelbe Linie, sind runter, haben Support gefunden an der 50-Tage-Moving-Average und jetzt sind wir eingesackt. Und wir befinden uns weiter drunter. Das sieht nicht schön aus, das sind keine guten Strukturen, die wir einhalten und das sind dann solche Dinge, die ich mir dann angucke und sage, warum berücksichtigt man das nicht? Natürlich soll man das Ganze jetzt nicht nur an den Moving-Averages ausmachen, aber vor allem der Wochenchart, der hat nochmal stärkere Aussagekraft als der 50-Tage-Chart. Wenn man sich im Wochenchart den 21-Tage-Moving-Average anguckt, zeigt er uns genau das Gleiche. Wir sind erst 2013 nach dem Höhepunkt hier in dem Bärenmarkt, als wir den 21-Tage-Moving-Average nach unten gekreuzt haben und es nicht mehr geschafft haben, uns darüber zu halten. Genau das Gleiche hier auch beim 2017er Bullrun. Wir sind einmal drunter, haben es nicht mehr geschafft, uns darüber zu halten und jetzt schaut mal, wo wir gerade sind. Wir sind hier einmal längerfristig runtergegangen, sind wieder hoch und halten nicht. Wir können uns nicht lange drüber halten und jetzt ist sogar auch noch was passiert, was gar nicht so schön ist, denn wenn wir einmal unter die 21-Tage-Moving-Average sagen, sollte die 34-Tage-Moving-Average eigentlich als Support bilden, das hat er hier nicht getan, das war aber noch nicht so schlimm, weil der Sentiment noch nicht gezeigt hat, dass wir komplett am Boden angelangt sind. Hier waren wir zwar ziemlich bearish eingestellt, alle haben gesagt, der Markt crashed, bevor wir noch so einen starken Anstieg gesehen haben. Allerdings, wenn wir uns das betrachten, haben wir hier noch nichts von einer Rotation erkennen können und wenn, dann haben wir erwartet, dass wir auf eine 70,2 Fibonacci-Attracement hochgehen, bevor der Crash kommt. Die 70,2, 78,6 haben wir komplett nach oben gebrochen und sind hoch, haben neue All-Time-Highs gebildet und bewegen uns jetzt hier runter. Und schaut mal, was jetzt passiert ist, der 34-Tage-Moving-Average hält nicht mehr. Das heißt, die 21 Tage haben wir sowieso nach unten gekreuzt, wir haben die 34-Tage-Moving-Average als guten Support genutzt, über 1, 2, 3, 4 Wochen hinweg und jetzt haben wir einen dicken Candle-Body-Abschluss darunter, was kein positives Zeichen ist. Allerdings kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass wir bald einen Reversal sehen werden und diesen Anstieg oder diesen nicht starken sondern leichten Anstieg nach oben sehen können. Nichtsdestotrotz glaube ich eher, wie ich es heute im Video gesagt habe, dass wir hier auf diese 40.000er Bereiche, wo die schwarze Linie jetzt einmal runter sacken können, wenn wir uns jetzt auch mal hier angucken, schaut mal, wir haben die Flag-Phase hier einmal komplett verlassen und wir haben einen Candle-Body, wenn der Tag jetzt so abschließen sollte, haben wir einen tiefsten Candle-Body-Abschluss, den wir seit dieser Korrektur hier gesehen haben und wenn ich die Rainbow Fibonacci EMAs hier reinziehe, dann sehen wir, wir haben uns hier in dieser Flag-Phase um die 233er Fibonacci EMA Ribbon stagniert und was ist jetzt passiert, da sind wir einmal weit drunter gebrochen. Das heißt, wir haben hier alle EMA, Fibonacci EMA Ribbons komplett durchbrochen, einmal vollkommen zersägt. Was haben wir denn noch, wenn wir uns die Fibonaccis jetzt einmal angucken, ist das interessant aber, in welche Bereiche wir runtergegangen sind, wenn wir uns das einmal anschauen, von dem Tiefpunkt, was wir hier gebildet hatten, wenn wir die Fibs einmal ziehen und schauen, in welche Bereiche wir heruntergesackt sind, sieh mal einer an, sieh mal einer an, wo befinden wir uns, der goldene Schnitt. Wir sind genau beim goldenen Schnitt, haben den einmal angetestet, aber wie gesagt, erwarte ich, dass wir auf die 70,2 Fibonacci Ertracement runterkommen und wo ist das ungefähr? bei 40.500, also in den 40.000er-Bereichen vielleicht auch ein kleines bisschen drunter, wenn wir auf den 39.000er-Bereich heruntersacken, sollten wir diese zweite Linie hier nicht brechen, weil dann Marktstrukturen komplett gebrochen werden, das wäre kein gutes Zeichen, aber ich denke mal, die Möglichkeit besteht, dass wir hier runtergehen, ob es jetzt passiert, über Nacht, nächste Woche, ich halte das für eine Möglichkeit, dass wir uns hier runterbewegen, bevor wir diesen Anstieg nach oben registrieren, dann letztendlich, wo die Rotation dann stattfindet, dass wir dann von diesen Bereichen hier raus einmal hochgehen und diese 70,2 oder 78,6 antesten, bevor wir letztendlich von dort aus in einen Bärenmarkt dann herabsingen. Wenn wir uns das mal angucken, wenn wir den Tiefpunkt so setzen sollten, dass wir den Tiefpunkt dann hier bei der 40.000 ungefähr setzen, müssten wir dann unsere Fib Retracement Niveaus anpassen, das heißt, wenn wir einmal hier runtergehen würden, ich nehme mal die untere Linie, dann müssten wir unsere Fibs auch nicht mal so stark anpassen, aber dann wäre die 70,2 hier ungefähr bei 60.000 und die 78,6 wäre bei 62.000. Das heißt, ein kleines bisschen müssten wir da runtergehen mit den Balken, den wir hier gebildet haben, aber es wäre auch nicht wirklich dramatisch tiefer als das, was wir erwarten, Leute. Okay, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was hier auf dem Markt los ist, super, super spannend, was hier passiert. Ich sehe auch gerade, wir haben die Langzeittrend, die wir hier gesetzt haben, was heißt Langzeit, also die mittelfristige Trend, die wir hier gesetzt haben, haben wir schön nach unten auch gebrochen, wie wir sehen können, das ist auch nochmal ein eindeutiges Zeichen dafür, dass bestimmte Strukturen gerade brechen. Darum, Leute, bin ich nicht so bullisch eingestellt, wie diese großen Chartanalysten, wie Willy Wu, wie TechDev und viele andere, dann schaut mal, was ist hier los? Die gesamte Marktkapitalisierung hat hier schon die höchste Fibonacci Extension erreicht und darauf achten die meisten Chartanalysten. Wenn wir uns das mal anschauen, wir haben schon die höchste Fibonacci Retracements hier erreicht. Meines Erachtens nach wird dieser Blow auf Top kommen, ja, ich glaube, wenn die Rotation anfängt, werden wir wahrscheinlich hier ein kleines bisschen noch drüber kommen, bevor wir dann in den Bärenmarkt gehen, das glaube ich schon, aber das heißt nicht, dass Bitcoin seine All-Time-Miles erreichen wird, ich glaube, das wird verursacht werden durch die All-Coins, die dann durch die Decke gehen werden. Aber, erstmal zurücklehnen, Leute, bleibt entspannt, werdet nicht zu nervös, das ist eine ganz normale Bewegung, wir erwarten noch und antizipieren noch diese Rotation, die kommen wird, meines Erachtens nach wird die kommen, wer nicht dran glaubt, hey, dann glaubt ihr halt nicht daran, es hat bis jetzt immer stattgefunden bei den Bullruns und die Wale werden sich diese Riesengewinne einfach nicht entgehen lassen, warum sollten sie auch. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und Crypto Heroes out.